Trish und ich haben weitere Schritte besprochen. Als nächstes ist die Verbindung von Oakwood nach West Oakwood dran. West Oakwood ist eine gute Gelegenheit, dein Busunternehmen weiter auszubauen. Und es hat ein tolles Nachtleben zu bieten. Die kulturellen Angebote warten nur darauf, entdeckt zu werden. Bei Tag und bei Nacht. Tolle Idee! Lass uns auf der Strecke von St. Anthony nach West Oakwood mehr Haltestellen in Betrieb nehmen, damit wir auch auf dem Weg von Oakwood zurück anhalten können. Die Menschen warten doch nur auf eine Chance, West Oakwood zu besuchen. Und damit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück hier im Bussimulator 21 auf dem PC. Zusammen mit mir, ich bin Felix der Weise. Ja, neue Mission. Das letzte Mal, da hatten wir ja unseren Bus mit Chinatown Werbung, also mit Chinatown Werbung bekleben lassen und sind halt diese eine Linie durch die drei Stadtviertel dreimal abgefahren und das Ganze hat geklappt bis zum nächsten Zahltag. Und jetzt gibt es die nächste Mission. Ja, und wir. Ändere Route 3, damit sie Distrikt Oakwood umfasst und die Route in der Nacht die höchste Auslastung hat. Bediene eine Route zwischen 19 und 4 Uhr. Das ist unsere heutige Aufgabe. Okay, so, da wird uns auch nochmal gezeigt, wo wir das Ganze abändern. Route 3, so, und ändern. Und übrigens, da fragt sich der eine oder andere natürlich, wie und wo, also wie und wo man eigentlich die Farbe abändern kann. Das werde ich euch heute auch noch bei der Gelegenheit zeigen, denn die Farbe dieser Routen lässt sich ändern, was ich ja vorhin hier, ihr seht es ja schon auch zum Teil gemacht hatte, im vorherigen Video, beziehungsweise ich hatte es erwähnt. Leider zeigen konnte ich euch das nicht. So, drücke die Hauptverkehrszeiten und zieht ihr an, was drücke Hauptverkehrszeiten und zieht ihr an, die Hauptverkehrszeiten der Bushaltestelle. So, Hauptverkehrszeiten, wo steht das denn? Ach so, hier ist es nicht so. Also hier können wir überlegen, was? Jetzt verstehe ich es gerade nicht. Also, die Linie fährt im Schleifenmodus. Okay, so, Hauptverkehrszeiten. So, wo sieht man das? Nein, 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 raus, 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 raus. Jetzt haben wir, jetzt haben wir nämlich schon hier abbrechen. So, also nochmal Route ändern, Route 3 verändern. So, da zeigt er uns das gleich, wo man das machen kann. Drücke Hauptverkehrszeiten und zieht ihr die Hauptverkehrszeiten der Bushaltestellen an. Ach, hier oben ist das okay. Das sieht ein Wald vor lauter Bäumen nicht. Und da sehen wir, dass wir eben schon zwei Haltestellen hier haben, die wir, also das sind die Haltestellen 3 und 4. Also wir kommen dann wahrscheinlich von hier. Und dann könnten wir, Sämtliche Bushaltestellen haben bestimmte Hauptverkehrszeiten. Willst du eine Route erstellen, die insbesondere nachts Profitablauf solltest du dich auf Haltestellen konzentrieren, die vor allem nachts frequentiert werden. So, wir haben schon zwei Nachthaltestellen hier. Und wenn wir die Route verlängern wollen, wäre es ja ideal, wenn wir beispielsweise erst mal hier diese anbinden. Die ist eine Nachthaltestelle. So, und dann kann man echt überlegen. Da soll ich jetzt nur eine weitere Nachthaltestelle? Ich könnte mir noch überlegen, weil dann würde die Route nämlich komplett im Kreis führen. Wenn ich diese hier anbinde, nehmen wir auch noch die dazu. Die wirft da auch noch Geld ab. Und dann geht die Route quasi hier einmal drumherum. Und dann passt das schon. So, zwei Nachthaltestellen angebunden. Und dann sollen wir jetzt eine Fahrt machen. Und zwar in der Nacht. So. Und dafür müssen wir erst einmal... Wie war das mit der Uhrzeit? Moment. Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr, wie das mit der Zeit war. Ach hier, eh. Zeit vorspulen. Und wir sollen zwischen 19 und 4 Uhr diese Strecke abfahren. So, das bedeutet, wir gehen ja mal nur für 19 Uhr. Da ist es vielleicht auch so dämmerig. So, da fahren wir nicht mitten in der Nacht. Und da gucken wir uns das mal an, wie die Sonne rumgeht. Also das hat man auch gut. Das ist so, gar mal ein schöner Sonnenuntergang. Als nächstes werden wir uns dann einen... Ne, Quatsch. Einen Bus holen. Und da werden wir den Setra nehmen. Der ist ja sogar schon auf der Route 3. Moment, du wirst doch was machen. Da können wir erst mal mitfahren auf dieser Route. Der ist ja sogar schon auf der Route 3 im Einsatz. Und können den Fahrrad oder die Fahrrad finden, den ich gleich ablösen habe. Äh, ist doch auch keiner da. Die steigen doch gerade an. Ne, Kollege, ich... Klar, nur zu. Da kannst du aber das noch ein bisschen üben. Und... Endstation. Perfekt. So. Wir haben große Fortschritte gemacht. Das Glück scheint uns heute zu sein. Hä? Wir sollten das Streckennetz noch weiter ausbauen. Da muss ich widersprechen, Mira. Es wäre am besten, zunächst eine solide Basis zu schaffen, bevor wir weiter expandieren. Na schön. Dann sollten wir unsere Glückssträne nutzen, um eine solide Basis aufzubauen. Ja, na das ging ja mal ganz schnell, weil wir gerade den Fahrer abgelöst haben, wo er die Endhaltestelle erreicht hat. Und anscheinend zählt das schon, dass wir jetzt hier diese Mission abgeschlossen haben. Wir gucken mal, was jetzt die nächste Mission ist. Ja, wir haben schon eine neue Mission bekommen. Verbinde zwei Routen mit dem... Mit Transit Terminal. Verbessere die Stufe von Orkwood West auf zwei. Und verbessere die Stufe von Highlander Park auf zwei. Ähm, das zeige ich euch gleich, wie das geht. So, okay. Die Frage ist natürlich, brauche ich diesen Bus jetzt überhaupt noch? Ähm... Ich würde mal sagen, erst mal nicht. So. Ach, nee, da müsste man ja genau... Warte, warte, wie ist denn das? Da müsste ich doch hier hingehen. Und hier, glaube ich, doch C drücken, damit ein Kollege diesen Bus dann doch jetzt übernimmt. Also das ging ja wirklich mega, mega schnell. So, jetzt nochmal. Ich möchte nur, dass ein Kollege das Ding übernimmt. Hä? Ich kann mir das auch nie irgendwie merken. Kann ich das denn sagen, dass der Kollege das Ding jetzt übernimmt? Wie mache ich das denn gleich nochmal? So, Business kommt in acht Minuten. Nein. Ähm... Ich will doch nur, dass ein Kollege diesen Bus übernimmt. Okay, jetzt ist er da. Okay, gut. Dann passt das. So, und wir kommen nun zum das andere, was wir machen sollen. Nämlich das Transit Terminal anzubinden. Und das ist hier diese Station. Und da würde es... Ihr seht es ja selbst ja natürlich... Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Okay. Ähm... Da würde es natürlich passen, wenn wir beispielsweise Linie gelb... Linie grün, Linie gelb und Linie blau, die würden ja perfekt da passen. Linie blau... Machen wir doch gelb und blau, oder? Was sagt ihr? Gelb und blau passt am besten, weil blau, die ja den ganzen Süden anbindet. So. Gut, dann ändern wir die Route. Fangen wir mal mit blau an. Ich glaube, das ist eine der effizientesten Routen, die wir ja jemals gebaut haben im Spiel. So, Haltestelle 1 ist das. Wo ist denn Haltestelle 2? Die ist da unten. Der fährt also hier los. Die Frage ist aber... Der endet... Wo endet die Linie? Die endet da unten. Fünf. Das ist eine Taglinie, da kann man echt überlegen, ob man sagt, du fährst hier noch hin, hier noch hin, hier noch hin und da haben wir schon eine wunderschöne Linie, die hier... Oh, ne, die hätte ja... Aber kann man das eigentlich noch verschieben? Ne, verschieben kann man das eben leider nicht, dass die 1... Da muss der ja hier einen riesen Bogen dann drum herum fahren. Okay, das habe ich jetzt nicht gedacht, dass die 1 hier oben liegt. So, da kommt hier 6 an. Ne, genau, da muss der hier nochmal einen riesen Bogen drum herum drehen, das ist natürlich ein bisschen nervig dann. Aber gut, da haben wir das erstmal gemacht. Äh, automatisch Buße zu reißen lassen, das soll man von mir aus machen. So, dann die 2. Wie gesagt, da finde ich gelb, sehr interessant. Grün war ja unsere letzte Linie, die im Verlauf gab, unsere allererste Linie überhaupt. So, du fährst da unten und hier ist es natürlich ein bisschen komplizierter, weil hier die 1 liegt. Das sind ja die Linien, die die Mira gemacht hat und die Frage ist aber... Ah, okay. Ah, hier kann man das ändern. Alles klar. Okay. Jetzt wird es interessant. So, 7. Und wenn ich jetzt hier sage, die 7 wird zur 1, zum Startpunkt. Das ist ja wie sowas hier, der Busbahnhof, sondern dreht ja einmal. Ne, Quatsch, die 7. 2, so, da fährt ja der 1 los. So, das hier unten dann zur 3. Die 5 wird zur 4. Hä? Was habe ich jetzt gemacht? So, die 5 wird zur 4. Die 6 wird zur 5. Also, wenn man einmal weiß, wie. Und die 6, äh, die 6, 7 wird zur 6. Und dann dreht ja hier einen schönen Bogen. Boah, das ist so blöd hier gelegt mit dieser einen Haltestelle hier. Und wenn ich aus der einfach die 1 mache, dann muss der auch hier einen riesengroßen Bogen drum herum fahren. Das ist doch total... Mit löschen kann man die aber hier auch nicht raus, oder? Dass man die Haltestelle einfach da rauslöscht, das geht gar nicht so. 1. Dann macht der erst hier einen Bogen. Dann fährt er hier hin, macht hier einen Bogen. Und fährt dann da runter. Wenn ich aus der 7 eine 1 mache, also wenn der von unten quasi hochkommt. Das seht ihr, probieren wir halt mal so ein bisschen rum. So, wenn er aus der 7 eine 1 wird, aus der hier eine 2. Aus der hier eine 3. Wie gesagt, das sind ja die Schleifenlinien. 3. So, dann wird es ja... Dann kann man überlegen, ob man hier raus... Die anderen sind doch alle hier oben verteilt, ne? Richtig? So, aus der hier eine 4. Und aus dieser hier... Aber der liegt so dumm hier, diese Haltestelle. Die liegt wirklich so dumm. Moment, aber... Was dieser hier... Die ist ja direkt bei uns am Terminal. Komm, jetzt hier... Das ist ein bisschen hakelig. So, aus dieser hier eine 5. Aber ich möchte eigentlich nicht, dass der dort... Okay, Moment mal, aus dieser hier eine 6. Ne, irgendwas haben wir übersehen. Moment, 1. Oh, ja. Natürlich haben wir was übersehen. Oder wenn das die 1 wäre, dass der ja einfach so richtig schön im Kreis fahren kann. So, das ist dann die 1. Also ihr seht, man muss ja eben auch erstmal gut durchbringen. 2, 3, 4, 5. 6 und 7 wäre die Endstation. Oder... 1 ist da unten. Das heißt, der hat manchmal echt kuriose Fahrwege hier. Wenn man das aber sagt, hier... 4 und von 4... Wieso will der denn von 4 wieder hier runter? Das verstehe ich nicht. Die 4... Kommt man nur auf einer Seite in dieses Transit Terminal? Ich weiß es gerade nicht. Wenn wir aber sagen, das hier... Ist die 7. Wenn wir mal sagen, das ist die 6. Ja, ihr seht, es ist in jeder Menge zu tun. So, 1 startet er hier. Dann macht er hier den Bogen. Kann aber auch sagen, das ist dann einfach die 3. Dass der einmal da durchfährt. Die 3. Kann man hier raus die 4 machen. Dann wäre hier die 5. Ne, die 5 ist schon wieder viel zu weit weg. Ne. Dann wäre... Dann kann man jetzt hier sagen... Die 5... Und... Äh, okay, Moment. Wie würde der denn jetzt fahren? 1, 2... Dann vielleicht hier... Hier dann die 3. Dass der andere dann 4 ist und die 3. Und auf dem Rückweg dann das andere wieder anbinden. 1, 2, 3, 4. Dann kommt der Kimmel, der auf dem Rückweg. Dass der nicht so viele Umwege immer nehmen muss. Wisst ihr, was ich... Ach so, weil die wieder um die eine Richtung ist. Okay. Okay, das funktioniert so nicht, wie ich es mal vorgestellt habe. Also 7 und so, das passt schon mal. 1, 2. Und... Das hier ist dann die 3. Und wenn der einmal hier oben ist, ist das dann logischerweise... Die 4. Das dann die 5. Und dann nimmt der auf dem Rückweg hier die 6 mit. Und fährt dann wieder zur 1. Die 6 und die 7 mit. Das ist perfekt. Und so will ich die Linie haben. Dass der nicht so viele unnötige Umwege nimmt. Außer hier oben ein bisschen. So, dann haben wir das geschafft. Und damit ist das erste Missionsziel geschafft. Aber ich bin persönlich noch nicht zufrieden. Was hatten wir gemacht? Linie Blau. Da war das noch nicht so bekannt. Linie Blau. Also Linie 2. Sollen wir auch das Transit Terminal anbinden. Und da gucken wir uns auch nochmal diesen Verlauf der Linie 2 an. Der startet hier an der 1. Fährt dann erst mal... Auch hier kann man überlegen, dass man sagt, hier mein Kollege, du fährst jetzt erst mal hier durch das Transit Terminal, durch die 2. Nimmst den hier als 3 mit. Sehr gut. Und das kann die 4 dann werden. So, 4. Das hier unten dann die 5. Das dann hier demzufolge die 6. Die 7 liegt mal wieder ganz, ganz ungünstig. Die 7. Wieso kann der denn nicht hier rum? Okay. Wurde er hier wieder zurück. Die 7. Und dann anstatt hier oben dann rum, dann guckt er da wieder den ganzen Umweg da zurück. Das ist ein echt ein bisschen hakliger Weg. Gut. Würde ich aber auch so belassen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. Kann auch überlegen, ob wir dann... Oder 1. Wüsste was wir auch überlegen können? Ob wir hier raus einfach eine 4 machen? 4, 4, 4, 5, Achso, weil das die andere Richtung ist hier oben, ne? Die müsst ihr aber liebst rausschmeißen, diese alte Stelle da. 4, 5, oder 3, 4. Das wäre auch eine Überlegung wert. 3, 4, 5, ja, dann muss er halt diesen Bogen ziehen, aber dafür ist er dann gut direkt dann auf dem... Aber wo ist denn die Yacht? Hatten wir nicht noch... Oh! Okay, na, das kann da natürlich nicht so funktionieren. Ihr seht halt, da war mal ein bisschen Planung. Also 1, 2, 1, 2, 3, dann kommt er da drüben an. Und natürlich erstmal hier... Achso, das war das die Gegenrichtung. Ah, okay. 1, 2, 3, 4, dann muss das die 5 sein. 5, so, 6, 5, und da kann man überlegen, ob man das hier dann hier die 6 wird. Dann ist das die 7. Und hier auf dem Rückweg nimmt er die 8 mit und fährt dann quasi wieder hier leer zurück zur 1. Perfekt, dann haben wir das auch abgeändert. So, äh, nächster Punkt. Äh, verbessere die, ähm, Stufe West Oakwood, äh, und zwar, West Oakwood, wir haben, wisst ihr wie lange, wir wären schon hier eine Viertelstunde hier dran rum und sind noch keinen einzigen Meter Bus gefahren. Verbessere die Stufe von West Oakwood auf 2. Frage sich viele natürlich, wie viel macht man. Da sagst du, müssen wir uns hier in diese Stadtviertel begeben und hier sehen wir verschiedene Bushaltestellen. Leider müssen wir, das sehe ich jetzt schon, hier noch ausbauen. Und zwar können wir aktuell, da muss man nämlich die ganzen Haltestellen eben, äh, entsprechend ausbauen. Und zwar, äh, muss man dann entsprechend diese, diese Stufe dann erhöhen von den Haltestellen. Das kostet natürlich auch ein bisschen was. Und zwar kann man die sogar auf Stufe 3 erhöhen. und diese hier kann nicht erhöht werden, diese ebenfalls nicht. Das bedeutet, dass wir hier und diese kann auch nicht erhöht werden. Äh, das heißt, West Oakwood schaffen wir nicht. Highlander Park, das war doch hier oben, dieses Viertel. Hier sieht's dann schon ein bisschen, äh, besser aus. Und zwar hier können wir echt überlegen, die kann man nicht verbessern. Die geht gar nicht. So, die hier können wir aufbessern. Wir müssen halt die Haltestellen möglichst, äh, eben aufleveln. So, die ist schon aufgebessert. Die auch noch nicht. Also, hier haben wir jede Menge Arbeit. So, die können wir, glaube ich, auch noch aufbessern. Ja, die können wir aufbessern. So. Wie sieht's denn mit der hier aus? Die nicht. Und die auch nicht. Das heißt, man muss die Haltestellen, die man eben angebunden hat, da muss man halt gucken, dass man die eben entsprechend auch hochlevelt. So, man kann jetzt natürlich auch noch überlegen, ähm, verschiedene Linien, gerade dieses Netz hier oben nochmal versuchen, so ein bisschen auszubauen. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, Linie Gelb. Wenn die eh hier hochfährt, kann sie doch nochmal diese, diese oder diese Haltestelle hier anbinden. Das ist eine Idee. Da machen wir heute mal so ein bisschen Planung. Oder, ähm, Blau zum Beispiel, oder Blau könnte zum Beispiel auch noch überlegen, ob es diese Haltestelle da mitnimmt. Ja. Lass uns doch nochmal die Routen so ändern, äh, um so effizienter, äh, äh, geht das. So, Moment, hat er das jetzt genommen oder muss ich das alles nochmal machen? Äh, ja, das scheint er aber alles genommen zu haben. Soweit? Ja, ist er doch übernommen. Okay, das heißt, dann müssen wir am nächsten Mal, ähm, da relativ viel fahren. So, West Oakwood und Highlander Park. Also, das Einfachste wäre natürlich, eine Linie zwischen beiden hier einzurichten. Linie Rot, Linie Gelb. Und weder wir fahren beide Linien ab oder wir richten uns eine, oder ändern eine dieser Linien so ab, dass die beide, äh, stadtförderliche anbindet. Blau bindet leider ja, ach, nicht hier, Moment, wo ist West Oakwood? Und hier, das ist West Oakwood. Das ist normales Oakwood. Ähm, und das ist Highlander Park. Also Highlander Park haben wir drei Linien. Ist ja die Frage, müssten wir das alles selber abfahren oder, also hier, hier fehlen auch gar nicht mehr so viele, die wir jetzt hier aufbessern müssen. So, okay, was wir machen können, wir gehen jetzt erst mal wieder zurück, ähm, in die, in die Routen. So, und da wählen wir uns einmal, also Route 1, kann man auch noch mal überlegen, ob man die optimiert. Also, wir gehen, wieso will denn der jetzt, ach so, das, so, gelb, Route 2. Und da kann man jetzt noch mal überlegen, ob wir die noch mal ein bisschen ändern. Und zwar Haltestelle 1, ist ja eine Taglinie, so, das wäre dann, der will ja dann die 9, die dann aber, nicht die 9 ist, sondern die 2. und dann kann man hier noch überlegen, diese noch mit anzubinden und das ist dann aber nicht die 10, sondern die 3. So, ach, die ist wieder in der Gegengelegenen Haltestelle. Okay, dann vergesst, was ich gesagt habe. Wie kann ich das eigentlich hier rausschmeißen? So, okay, die ist raus. Ist die raus? Ja, ist raus. Gut. So, da haben wir hier eine mehr angebunden. Ja, das ist perfekt so. 1, 2, 3, 4 und dann wie gehabt. Genau. So, so soll man automatisch zuweisen und dann hatten wir ja nochmal überlegt, gelb, ähm, unsere Linie 1, die kann man auch überlegen, nochmal zu ändern und zwar, diese Haltestelle noch mit anzubinden und das ist dann die Nummer, wenn es mir mal zeigen lässt, die Nummer 1, 6, so, 4, 5, dann macht er hier einen kleinen Bogen 6 oder 4 oder oben rum dann bindet diese ganzen Haltestellen an so, dann hatten wir gerade nochmal erwähnt das Thema die rote Linie also Linie 1 ne, Linie 3 ist die rote, genau, das war ja glaube ich die erste, die wir selber gelegt hatten das ist ne Nachtlinie okay das ist ne Nachtlinie ähm auch hier da kann man doch deutlich noch mehr machen das wäre doch das Einfachste hier die Nachtlinie dann äh zu verbessern so, wo fährt denn die überhaupt hin 3, 4, 5, 6 wo fährt denn die hin ach so, die bindet da vorne fängt die an die fährt halt wirklich so im Kreis so deswegen hat die auch so einen relativ komischen Plan die 1 so da kann man doch überlegen die hier hin zu schicken und sagen du bist die 2 so ach ne das können wir wieder nicht machen so gut das können wir China Town oh ne hat der das jetzt doch übernommen wie kriege ich das denn wieder heraus das ist wieder was was ich nicht verstehe man kann das höchste dann zu acht machen oder so hier einfach starten und dann geht's halt hier da wird es dann in diesem Jetty vorbeigehen nee das ist mir alles nicht so ah so kann man das Moment Moment man kann das anders machen man kann das ist die acht und dann wieso kann der nicht hier rumfahren das verstehe ich auch nicht so dieser dieser designs muss weg ah okay hier kann man die Seiten wechseln gut okay so dann haben wir aber hier oben das hat auch hier die Frage dann müsste er ja auch hier einen riesen Umweg nehmen also haben wir sehr sehr viele Haltestellen die wir nicht angebunden haben kommt von der 7 dann kommt er dann hier rein macht nochmal einen Bogen und ist dann wieder bei der 1 und fährt dann nochmal diesen großen Bogen hier rum gerade hier dieses West Oakwood so grüne Linie wie sieht denn die aus also ihr seht viel Organisation heute die wir haben viel was wir jetzt hier am Rad fahren müssen okay aber ich hoffe dass wir das hier einigermaßen jetzt hier gut gewählt haben so könnt ihr euch mal ein bisschen überlegen was wir beim nächsten Mal machen wollen so ihr seht allein mit der Planung haben wir eben hier so 23 Minuten verbracht nur Planung ohne dass wir heute irgendeinen Bus gefahren sind so und wir werden nicht nass ich danke euch trotzdem bis dahin was zuschauen freundlich wenn ihr im nächsten Video wieder mit am Start seid habt bis dahin eine schöne Zeit ich bin Felix der Weise